Und zurück zu Psycho-Louds 2, dem coolen Spielchen, wo wir hier spielen. Ich bin vorab natürlich der ganze Zeit starker Notunterstützer, ohne es ja gar nicht machbar soll es denn wäre. Vielen lieben Dank dafür. Spielfortsitz, wir sind ja stehen geblieben das letzte Mal, ne? Falls ihr euch noch drinnen ankommt, wenn nicht, müsst ihr euch mal Part 1 anschauen, ne? Mehr zum Vorteil. Ich weiß schon gar nicht, wer was machen muss. Ich hab schon vergessen, was ich einmal gemacht hab. Ah, das war Sprengen hier. Oh nein, nicht zurück in der Trappe. Trappe? Coach? Coach? Where'd he go? Oh, well, that's a good sign. What is it? That is a regret. If Lobato has regrets, then maybe there's a way we can still get to him. Let's get out of here and find Lobato. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich machen muss. Ah, Sasha? Are regrets dangerous? Oh, yes, extremely. Take care of that one, will you, while I find an exit. Oh je, drücken. Oh je, drücken. Oh, naja, zieh einer. Ich hab nichts mehr, oh ne, ich hab, oh. Another Schritt! Oh man! Und was? Hat jemand gesagt Gold? Franky, hier ist unsere Chance für Revenge. Oh, nicht diese Leute. Ich werde weiter schauen. Ja, aber. Oh. Oh, nein. Oh, nein, nein, nein. Ich muss hier was finden, hier. Oh, gib mal, gib mal. Ich bin so glücklich, dass du besser bist, Franky. Gib mal, gib mal. Ich bin so glücklich, dass du nicht mehr rauskriegst. Ich bin so glücklich, dass du nicht mehr rauskriegst. Ich bin so glücklich, dass du nicht mehr rauskriegst. Wo sind sie jetzt? Wo sind sie jetzt? Ich seh sie nicht. Wo sind die Flatter? Wo ist die Ding-Dong-Exit? Ah, halb die Schnauze, ja. Wie soll ich wissen, was diese Sache ist? All ich weiß, ist es Gold. Ich schieße, ich krieg die nicht ab. Na ja, die... Zwei. Gibt's denn nicht? Gibt's denn nicht? Nix mehr rumsteht, oder? Vor dem Gemüdel. Wo sind's jetzt? Wo sind's jetzt? Ah, da. Wo ist der verfluchte Ausgang? Ja, wo ist denn... Was muss ich denn machen jetzt? Leute, ich hab keine Ahnung, was ich da machen soll eigentlich. I have no idea. Weil die kann ich ja auch nicht anzählen, ne? Ich hab keinen Plan, was ich machen soll. Ich weiß... Ich weiß... Was soll ich machen? Ich hab's nicht... Ich komm mir da nicht... Ich hab's nicht... Ich hab's nicht... Ah, Y. Leute, ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Ich versteh halt nix auf Englisch. Wo ist der Ding-Dong-Exit? Und er steht nur rum und sagt mir aber nix, ne? Ich hab keinen Blaschen Schimmer. Was soll ich tun hier? Ich versteh, ich bin ein Idiot, Franky. Ihre Frau ist ein Englisch, okay? Right party? Da muss ich ein Exit hier irgendwoher sein. Now, wo ist der Ding-Dong-Exit? Okay, Krieger. Ah! Ah! Ah, right party. Das ist mysteriös, ja. Ja. Ähh. Oh, das ist nicht besser. Raz! Ist das du? Komm her! Lilly, ich komme! Ich muss erstmal da oben gucken, ja. Komm! Uh oh! Slipper! Hurry up, Raz! Here I come! Hoop! Still got that water phobia, huh? It's not a phobia, it's a curse. Back in Grulovia, my whole family was cursed to die in water, and... Yeah, yeah, super sad! Look at these posters! I think someone else planted these in Lobato's mind to intimidate him! And make sure he didn't tell us who hired him to kidnap your dad! Let's get rid of them! Maybe it'll help! Help me burn these posters, Raz! Die Poster verbrennt. Halt den Left Button gedrückt, um die Pyrokinese aufzuladen. Lass dann los, um Dinge in den Brand zu stecken. Alright. 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 Äh, das hat aber nicht geholfen hier. Was soll ich da verbrennen? Ah, man muss ja dran gehen. Ja, ich probier ja schon. Man muss sich dran stellen, ah. Ja, ich kann auch nichts dafür, ich hab Scheiße gebaut. Ich hab große Kacka gebaut, glaub ich. Ah, da ist sie. Oh, Ärmel, da ist doch Razz hier. Ah, Lady, I'm coming, I'm coming. Das sind ja so viele, wie soll ich das schaffen hier? Da ist nochmal eins da oben. Holy moly. Jesus, da ist eins. Ja, komm, streng dich doch mal an hier, kleiner Mann. Befernt. Jesus, so schwierig, ja. Jo, jetzt hat er's halt noch verkackt, ja. Kann er nicht mehr, oder was? Ich komm nicht da oben dran. An die da oben komm ich gar nicht dran. So, jetzt haben wir nur noch die, die sind da oben, ne? Jetzt war's nur noch. Oh, was ist das? Oh, no, oh, no. Was war's mit ihr? Was war's mit ihr? Am I right? We're not here to hurt you. We just wanna know who hired you to kidnap Truman Zanotto. Why can't you just let it go? Oh, swell. Did it swell? Right? Ich verbrenne mal alle mit ihm. Da geht's wieder durch. Alles hier einsammeln, ne? Ich schieß aber echt ein wunderschönes Spiel, muss ich sagen. Selbst für mich als alten Sack macht's riesig Laune. Eine Hutschachtel mit Anhänger. Aha. Ja, jetzt geht's da auch noch weiter. Ratsch ist echt so ne coole Story und die Sound passt alles. Also alles wunderbar. 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 Du bist eben nicht so neuer. Wunderbar. Die Hutschachtel. Wir mochten nicht so neuer. Was ist das? Ich bin nicht so neuer. Gibt's da noch irgendwas? Ah ja, dazu haben wir auch noch was Schönes zum Einsammeln. Das nehmen wir natürlich auch noch mit, ne? Dann pöre mal ihn hier weg. Es bräuchte ich mir ja... Es bräuchte ich mir hier an. Wir sind zu lange zurück, jetzt! Entsteh? Was wir jetzt müssen, ist... ...finish die Extr-R-O-C-Tion! Lilly, ich denke Lobato ist zu haben. Lilly? Halt dich zurück. Glücklich, sie sind sehr flammable! Wuhh? Okay. Wuhh? Wuhh! 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 Oh, Psipyo, what the hell, hey, 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 ich kann mich da gar nicht konzentrieren hier. Ich bin da tot hier. Mich hier. Vor allem, dass der Ander noch kommt, ne? Moni, Moni, hier permanent auf den Sack geht. Er ist ja ein ganz schlimmer Burscher. Er nerven das etwas halt, ne? Oh, den kriegen wir auch noch in den Griff. Oh, die sind. Okay, ich bin da weg. Das ist ja, Razz, keine monen канале. Ja. 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 Ah, das ist ein bisschen. Ich bin mal dabei. Ich bin mal dabei. Bio-Gaport. Oh was machst du denn? Mach doch deine, mach doch deine PSY-Kraft her. Oh, jetzt ist es so. Gerade in dem Moment hau'n ab. Ja, Jesus, ja. Hau ab, ja. Raaz Oh 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 Aber Kaart noch haben sie ja Oh Yes Duffel bag Oh Try burning Das ist nicht Ich habe ja Ihn habe ich auch noch rein Mit Socken hier, verstehst du? Das ist ja ein bisschen hexisch hier Kapierst du das nicht? Jetzt Oh Jetzt kommt sie auch noch von oben Ja Schieeees Das ist ja eh nicht normal, oder? Das Viehzeug Das ist ja eh nicht normal, oder? Das Viehzeug Oh You haven't changed, have you? Come on Just tell us who hired you to kidnap my dad Oh, this is really personal for you, isn't it? Ja, dann haben wir da noch was zum einsammeln Da hinten haben wir auch noch was zum einsammeln Nicht, dass wir das noch übersehen hier, ne? Ja Ich such mich ja irgendwo Ja Ich komme Die nervt Die nervt ein bisschen, ne? Sie nervt ein bisschen, ne? Oh no, you don't I think I just did Ha 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 Ah Mia? Yes, darling Nothing Did you forget everything I taught you about levitation, Rasputin? No Your thoughts can lift you up if you focus Better hurry, before we hit the ground Left trigger Ja Da hinten halte A länger gedrückt, um weiter zu bringen, trifft man auf A und mein Doktor Ja Oh, so geht es ALL VERDICIMS STICK modern toy Mur 구� Ford sorry tai Naja, aber ich würde sagen, wir machen hier mal einen kleinen Pause hier und werden dann das nächste Mal weiterspielen, ja. Kann ich da nicht hier? Kann ich hier nicht speichern hier? Geht das nicht? Speichern automatisch, ich habe mich speichern. I hope so, I hope so. Bist du hier? Bist du hier? Bist du hier? Bist du hier bei 19 Sekunden? Ah, okay. Ich hoffe, wir kommen mit dem Startbildschirm. Jo, jetzt kommt er wieder her. Wir bedanken uns auf jeden Fall für's Zusehen. Das war eine weitere Runde beim Psychonauts 2, dem wirklich coolen Action-Adventure-Jump-and-Run-Spielchen. Mir macht's mega gut, weiß nicht, ob ihr auch ein bisschen Spaß gehabt habt. Bitte bemerkt euch das Video, schreibt was, den Kommentaren, aktiviert den Glocke, was ich gar nicht erwartet, könnt ihr drücken, press that button to subscribe, ansonsten geht es nicht mehr, passt auch wieder auf. Bleibt's gesund und zum nächsten Mal, wir sagen uns schon wieder und für den großen Euro, es ist ein guter Beispiele, 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 es ist ein guter Beispiele. Oh, Konnichiwa, äh, Don Moragato.